schon gehört Pocky und Rocky der neue Trailer mit release datum ist draußen das war doch ein Spiel für dich oder freust dich nicht drauf Pocky und Rocky klar da freue ich mich mega drauf das super Nintendo original das spiele ich auch manchmal im stream das ist schon absolutes Kindheitsding von mir und das ist ein Spiel von dem ich auch sagen würde dass ich recht gut darin bin klar freue ich mich mega drauf wird geil hoffentlich mal gucken vielleicht bekommen ja mehr dann einen Blick auf das Spiel was machst du gerade ich auch ich gucke mir gerade die analytics an wieso meine Videos abgeschnitten haben vor allem das Video mit Grafik das kam ja richtig gut an du meinst das Pokémon Arceus Hate Video da habe ich mich sowieso schon gefragt warum machst du da überhaupt noch Videos zu wenn dich das Spiel so gegen wenn dich das so annervt so gegen den Strich geht dann schere dich doch nicht drum nicht drum scheren es bringt ja auch nichts wenn du ständig das Ding thematisierst gibt ja keine schlechte Publicity weißt du wenn alle ihr alle regt euch immer darüber auf und trotzdem ist ständig Pokémon Arceus Thema ihr kauft euch das Spiel sowieso jetzt wieder alle und das wird überall wieder gezeigt und gestreamt weil es im Hype ist und dadurch wird es dann immer wieder gekauft und solange ihr immer wieder dieses Spiel überall in den Medien hochhaltet wird sich da sowieso nie was dran ändern das Spiel ist ja überall was soll ich denn tun ja boykottieren dann kauft doch die Scheiße einfach nicht dann wird sich wenn die immer wieder diese Spiele Millionen noch verkaufen ja dann wird dann ist doch klar welches Signal die bekommen dann denken die sich okay wir können Scheiße machen und wir verkaufen das trotzdem du musst mit deinem Portemonnaie sprechen nicht kaufen boykottieren ja das sagt sich so leicht ja was heißt sagt sich so leicht was ist denn daran so schwer wenn ich was kaufe dann gebe ich Geld und bekomme die Ware und wenn ich es nicht kaufe gebe ich kein Geld und bekomme keine Ware nicht kaufen ist nicht schwer ja willst du jetzt den ganzen Leuten den ganzen Streamern und YouTubern einen Vorwurf machen dass sie das größte Medien Franchise der Welt dass sie das in ihren Videos als Thema mit aufnehmen es wäre ja auch ein bisschen blöd dass man sagt okay wir machen nichts mehr zu Pokémon okay du als Influencer als Streamer oder sonst wie kann ich das sogar noch ein bisschen nachvollziehen ja weil ist schwierig aber was ist denn mit diesen ganzen Idioten da draußen die auch immer wieder schreien und trotzdem das Spiel immer wieder kaufen jedes Mal aufs Neue erstmal musst du aufpassen dass du diese Leute dass du dir irgendwie jemanden Idiot nennst nicht die Leute kaufen ja nicht die Pokémon Spiele immer wieder neu weil sie sagen mir doch egal was da passiert sondern du darfst eine Sache nicht vergessen es ist für jeden Menschen anders wichtig und anders schlimm oder anders toll was da passiert für dich ist es relativ einfach dir ist Pokémon relativ scheißegal und die man ganz viele da draußen die irgendwie rumschreien ja kauf doch nicht boykottier doch oder so ich würde mal fast vermuten dass die meisten Menschen ist dann auch relativ einfach ansehen diese Spiele einfach nicht zu spielen weil sie das entweder ganz von außen betrachten oder die Spiele sie nur so ein bisschen ja ein bisschen tangieren aber was ihr nicht vergessen dürft ist und vor allem du jetzt auch dass es Menschen gibt für die Pokémon oder für die Spiele die dann boykottiert werden sollen teilweise etwas sehr besonderes sein kann es gibt vielleicht Menschen die spielen eben nur dieses das ist ein Spiel ich stelle jemandem vor der sein ganzes Leben lang nur World of Warcraft spielt sondern jetzt läuft halt mal etwas schief bei World of Warcraft sollst du diesen Menschen jetzt sagen ja dann spielt es nicht mehr dann hör doch auf damit boykottier das doch das was ihn wirklich ausfüllt seine größte Liebe in seinem Leben soll er jetzt irgendwie auf einmal sein lassen du willst auf einmal von diesen Menschen verlangen dass er das komplett boykottiert und komplett mit dem aufhört was ihm wichtig ist oder wenn bei Zelda jetzt mal irgendwas schief läuft dann sagst du ja dann boykottier das doch mein liebstes Franchise da draußen meine liebste Spielerei die für mich wesentlich mehr ist als einfach nur irgendein Spiel und dann willst du zu mir auf einmal sagen dann boykottier das doch nur weil es für dich vielleicht nicht wichtig ist aus deiner eigenen Warte heraus möchtest du mir jetzt vorschreiben dass ich ein schwacher Mensch bin und Teil des Problems bin einfach nur weil ich gerne weiterhin hoffe und mir angucken möchte was mit meinem liebsten Franchise passiert okay das ist dann ja aber nur so ein kleiner Teil weißt du gerade diese diese Hardcore Fans die teilweise mal ein kleines bisschen mehr vielleicht auf die Kritik hören sollten und nicht alles mal verteidigen was da mit ihnen spielen gemacht wird vielleicht sollten die da auch mal so ein bisschen drauf gucken weil sonst ändert sich nichts weißt du selbst die größten Fans die eigentlich die geilste Spiele haben wollten die machen die sind ja auch dann Teil des Problems Teil des Problems Teil des Problems das klingt immer so unglaublich von oben herab macht doch diesen armen Menschen nicht so direkt diesen Vorwurf macht sie doch nicht so hart dafür verantwortlich das Problem sitzt da oben ja die Spiele werden immer wieder gekauft aber das Problem sitzt doch da dass die das versuchen auszunutzen die sind doch die die da die ganzen Spiele in der Hoffnung dass wir das kaufen ich meine ja wir tun das dann aber das Problem sitzt doch da oben macht doch die armen Menschen die die Spiele spielen wollen nicht dafür verantwortlich außerdem darfst du eine Sache auch nicht vergessen du musst dir noch mal einen ganz ganz anderen Satz von Menschen vorstellen und zwar diesen riesigen Casual Mark stell dir einfach mal ein Elternteil vor eine Mutter ja die jetzt ein quengendes Kind zu Hause hat das unbedingt das neue Pokémon Spiel haben möchte weil alle dieses Spiel spielen du darfst den Pokémon ist das größte Medienfranchise der Welt ich zitiere wenn ich sage Pokémon ist zu groß um zu versagen Pokémon ist überall und wenn jetzt halt einfach diese Elternteile vollgequengelt werden ich will das neue Pokémon ich will das neue Pokémon weil es alle spielen weil es das Spiel ist überall in der Werbung was machst du denn dann dann sagst du nein mein Sohn wir müssen boykottieren du bekommst dieses Spiel jetzt nicht ja dann kann sie dem Kind doch andere Spiele kaufen gibt doch genug heutzutage ja aber ist klar gibt es andere Spiele da draußen aber das erklärt auch mal an diesem kleinen Kind nein pass auf ich kaufte jetzt Temtem weil Pokémon muss jetzt boykottiert werden nein das will Pokémon haben also kaufst du dem Kind Pokémon okay ich gebe dir recht dass es nicht immer ganz so einfach ist aber ich weiß nicht es kommt mir halt manchmal einfach so vor als wenn die Leute über die Dinge meckern und über die Dinge motzen aber nicht verstehen dass eben die eigene Handlung wenn man da nicht mal selbst reflektiert angeht ja im Endeffekt die Publisher und die ganzen Entwickler ja nur darin bestätigt wirtschaftlich gesehen dass der Weg den sie einschlagen ja richtig ist jetzt willst du diesen Menschen sagen ihr seid Teil des Problems das ist doch dem völlig egal die kaufen die Spiele die einfach da draußen sind die ja technisch einwandfrei funktionieren das ist doch dem Mutter oder der Vater scheißegal ob das Spiel jetzt technisch oder grafisch nicht so ganz das ist was irgendwie was da draußen ist das was wir die ganze Zeit bemängeln das ist doch 90 Prozent der Leute völlig egal ob sagt das Kind ist glücklich und dem willst du jetzt sagen du bist Teil des Problems bollkottier das doch mal du schwacher Mensch ich verstehe einfach nicht was daran so schwer ist dass wenn einen die ganze Zeit ein Spiel stört dass man es dann einfach mal sein lässt und andere Dinge thematisiert da musst du an dieser Stelle einfach mal ganz klar sehen ich mache keine Videos zu Pokémon weil ich ein Pokémon Hater bin sondern ich und die meisten Zuschauer gucken auch deshalb meine Videos wenn wir Pokémon lieben ich bin mit Pokémon aufgewachsen ich gucke diese Spiele an ich spiele diese Spiele in der Hoffnung dass es die geilsten Spiele aller Zeiten werden und das geht jetzt ja nicht generell nur auf Pokémon sondern immer auch bei den ganzen Blizzard Spielen und so weiter da ist es halt nur einfach so dass wir diese Spiele ja spielen weil wir da eine besondere Beziehung zu haben und deshalb holen wir uns das und deshalb gucken wir da selber drauf außerdem wollen wir die Spiele auch selber spielen weil jetzt irgendwelchen Reviews nachzulaufen oder irgendwelche Meinungen da draußen nachzulaufen das ist eigentlich noch viel falscher und deshalb macht man sich dann wenigstens selber einen Blick darauf aus der Hoffnung und aus der Liebe heraus zu eben genau diesen Themen ja das ist schon richtig aber trotzdem ist bist du dann doch Teil des Problems ja das ist zwar schon richtig natürlich aber was ist denn die Alternative dass wir uns jetzt alle zusammenschließen und keiner mehr wie das wäre natürlich schön ja wenn gar keiner mehr das Ding zeigt aber als einzelner YouTuber als einzelner Streamer was macht das dann für ein Unterschied wenn ich jetzt sage okay ich mache zu dem größten Medien Franchise was die meisten Klicks bringt keine Videos mehr das ist immer so dieses gesamtgesellschaftliche Problem weißt du das mal das ist genau wie mit dem Boykott wenn man sagt was bringt es schon wenn ich ein bisschen kein Fleisch mehr esse oder mich vegan ernähre das löst doch jetzt nicht auf einmal irgendwie alle globalen Probleme was Tierhaltung angeht oder wenn ich jetzt mal hier mal ein paar Meter zu Fuß gehe dann haben wir ja nicht auf einmal das Problem der globalen Erwärmung gelöst das ist hier eh nicht was bringt das irgendwie gefühlt wenn ich jetzt mal das Spiel nicht kaufe klar das ist dann mal blöd zu sagen aber man schafft es ja als Gesellschaft eh ganz ganz schwer sich als Gesamtes zu sehen sondern das Individuum blickt dann ja natürlich immer nur auf sich selbst weil den großen Blick den kann man immer ganz schlecht werfen und das ist wieder hier das ähnliche Problem es ist ein bisschen dann Selbstmord für meinen Kanal wenn ich Pokémon was nun mal die meisten von uns angeht komplett aus den Videos außen vorlasse ja gut da hast du recht aber ab und zu kaufst du doch Pokémon Spiele für deine Sammlung also wenn ich dich einmal dabei erwische wie du dir ein aktuelles Spiel kaufst Freundchen ne nein alles gut ja gebe ich dir auf jeden Fall recht mit dem was du gesagt hast was mir eigentlich am wichtigsten ist bei diesem ganzen Thema ich möchte einfach nicht dass du oder dass andere Menschen vergeneralisieren und generell über Leute urteilen ohne dass sie wirklich wisst wie wichtig denen das ganze ist nur weil aus eurer eigenen Lage heraus euch das vielleicht völlig leicht fallen würde zu boykottieren oder euch Pokémon vielleicht nicht so wichtig ist oder irgendein Spiel wir wollen es ja nicht generell auf Pokémon beziehen es geht mir generell um das Thema Boykott oder ja boykottieren boykottieren kauf es doch nicht boykottier es doch und dass uns ein schlechtes Gefühl gemacht wird weil wir die Spiele weiterhin kaufen ihr wisst doch überhaupt nicht wie wichtig uns das ganze ist ihr wisst bei niemandem ihr könnt nicht in die Köpfe der Menschen reingucken ihr urteilt aus eurem eigenen Verständnis heraus und aus eurem eigenen Empfinden heraus und dann denkt mal über irgendetwas nach was euch unfassbar wichtig ist und dann läuft da mal was schief ob es euch da dann so leicht fallen würde zu boykottieren oder das einfach mal nicht mitzumachen das Bedürfnis des Menschen trotzdem an dem was man liebt teilhaben zu wollen ist einfach stärker als zu sagen nö ich boykottiere das jetzt und dann guck mal an allen anderen zu wie sie das erleben auch wenn das Gefühl vielleicht nicht ganz so krass ist finde ich da einfach das Gefühl das Bedürfnis trotzdem Teil des ganzen sein zu wollen einfach nur menschlich und normal und teilweise finde ich ziemlich von oben herab wie einige Menschen über ja eben die die es kaufen dann herab blicken und urteilen und sagen du bist Teil des Problems finde ich teilweise schwierig und teilweise wird das dann auch sehr von oben herab und ein bisschen arrogant und da müssen einige Menschen aufpassen und das ist generell ein Problem in unserer Gesellschaft dass viel zu viel über andere Menschen geurteilt wird aus der eigenen Sichtweise heraus aus dem eigenen Geschmack den eigenen Präferenzen heraus ohne sich vielleicht Gedanken zu machen wie das dem Gegenüber gerade in seinem Köpfchen vorgeht na gut da hast du einen Punkt so habe ich nie drüber nachgedacht selbst wenn man ein Problem erkennt und ein Problem hat und das ganze rein gesellschaftlich für die ganze Masse bewerten sollte dann muss man vorsichtig sein wenn man irgendwelchen Individuen irgendwelche Vorwürfe macht da gebe ich dir recht na gut dann wäre friedlich und du was zockst du da eigentlich gerade ich spiel gerade Pokémon Schwert Naturzone sieht scheiß aus macht aber echt Spaß ach aber Mia bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal